Musik 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 Wall of the Trimax hier, wir zocken auf unserem Server die Beta, die nur noch zwei Tage geht zusammen mit G-Time, Farbe und Wichtiger gehen wir heute in Bad Wars rein Full Release ist noch dieses Jahr, das wird auch noch klappen da wird auch noch Kaktus-Clicker dabei sein, das wird mein Lieblings Modi sein, unfassbar viele Maps, unfassbar viel Zeit steckt hier überall drin in dem ganzen Projekt, wird seit Jahren dran gearbeitet sehr sehr geil, viele haben sich schon das Fauna Paket geholt, auch international haben das viele Leute schon auf dem Schirm und auch die Entwickler von Minecraft haben das auch schon getestet, was sehr sehr cool ist, viel Hoffnung liegt in diesem Server, bisher vieles richtig gemacht, unglaublich geil und ich würde sagen, wir gehen gleich rein, ich bin nicht gut, ihr werdet wahrscheinlich wieder reinschreiben, dass ich in Bad Wars Kacke bin, bin ich deswegen haben wir jetzt hier ein paar Leute dabei, die deutlich besser sind, wenn man ein Gegnerteam tötet, können wir dann deren Spawner auch benutzen Ja, wir können dann ihre Spawner, also die spawnen auch weiter, während die dann nicht da sind Okay, jetzt wird die blau, direkt am Anfang wieder alle aufs Kupfer stellen, ne? Ja genau, jetzt direkt so schnell wie möglich sollten wir uns den Anker holen, damit die uns nicht raushauen können Ich gehe direkt mit, okay? Gold ist am Anfang noch auf Load hier, ist die Frage, wie lange lohnt sich, dass das alle auf dem Kupfer stehen, wann geht einer los für Gold? Und was gibt's in der Mitte? Diamonds? Genau, Diamonds, die ersten Diamonds kommen immer immer zu dem Mini-Boss Kann man sich merken Okay, okay Also ich habe jetzt schon über einen halben Stack Kupfer Ich auch Wir sollten immer parallel ein Stack quasi, also jeder ein Stack Wir brauchen zwei Stacks für das bessere Bett Ich gehe in die Mitte, ich gehe in die Mitte Zwei Stacks Kupfer, okay Die Mitte ist auch wichtig, also die Diamonds in der Mitte und das Netherite sind ultra wichtig Jaja, auf jeden Fall Hast du genug Kupfer? Ich habe den Kupfer gedroppt Ich brauche nur noch neun Stück Acht Sieben Okay, ich kaufe das Upgrade Sehr gut Perfekt, jetzt als nächstes direkt sollten wir auf bessere Rüstungen gehen Aber mit Gold oder nicht? Wir sollten die Eisenrüstung sponsern Dass die so schnell wie möglich kriegen Wie machen wir das? Mit Eisen? Wir geben denen das Eisen Also wir stehen hier einfach zusammen in Eisen und wenn wir zwölf haben, geben wir das einem Aber das Eisen, die Eisenrüstung machen wir für immer, ja? Genau, deswegen sollten wir den Beiden so schnell wie möglich die besorgen Weil dann dominieren die eher die Mitte Okay, das ist krass Man könnte auch theoretisch... Favos gestorben Wurde es von Marvin geraggt Ich habe sechs Eisen, wie viel hast du, Max? Sieben Ja, dann dropp das Eisen hier Dann kann Favos sich direkt die Rüstung holen und losgehen quasi Ja, bitti Stark Ist hier einer bei uns? Ja Ja, grün Butterbrot ist hier Ich würde den Sinn machen Ja, der macht schon Kript mein Shop Upgrade Shop immer mit Gold Okay, kriegen wir schon Gold? Nee, ne? Nee, da müssen wir uns rüber bauen Ich hole jetzt Blöcke, dann baue ich uns mal Vier Eisen brauche ich Hinten Jetzt hinten Hinter uns? Ja, der läuft hier rein Oh, der haut mich, der haut mich doch! Schön Okay, können wir irgendwie ähm Vier Gold kriegen Wie kriegt man am Anfang schnell vier Gold? Am sinnvollsten In der Mitte, oder? Ja, also direkt rüber zu Gold bauen Da müssen wir beide Spawner so schnell es gehen Ja, hier, hier, hier Ich hab fünf Gold, ich hab fünf Gold Fünf Gold, geil Mach Upgrade Shop Und dann Spawner verbessern Genau, also direkt du meinst Spawner upgraden, ne? Ja Ja, dann kriegen wir noch schneller alle besseres Equipment Plus 50% Resource on Team Island Super Und hier ist Gold Und das, und das Airboard ab Hast du ihn getötet? Jo Ihr müsst einen Block noch... Oh, ich mach Was drückt, ich hab mich verklickt Ja, unser Bett ist weg Nein, oder? Nein, nein, das Bett ist noch da Das steht hier oben, wenn das Symbol weg wäre Dann haben wir kein Bett mehr Ja, da kommt ein Roter zu euch Achtung, danke Ich kümm mich drum Ja, kümmere dich drüber, ich dir Zwölf Iron brauche ich G-Time, ich gebe dir mal das Gold Zorn Und Iron Jetzt hol ich... Mach noch ein Eisen, dann kann ich dir das geben Wichtiger, dann kannst du Eisenrüstung machen Ja, sehr wichtig Jetzt hol ich mir noch Blöcke Mann, das sind hier Half... Was passiert? Ich konnte nicht bauen Half Slip Wichtiger, hier Mach dir direkt Eisenrüstung Mach ich, mach ich, dankeschön Und ihr könnt euch mit Kupfer auch Steinschwerter holen Oh, hier kommen welche, hier kommen welche Zwei Rote auf... Ich hab zwei Gold geklaut und die Rote sind hinter mir Okay, die sind weg Ne, da sind sie weg Zwei Gold gebe ich dir Liegen Oh, die wollen's wissen, Jungs Oh, wer denn? Komm hier welche Komm mal rüber, Fabio, komm mal rüber Wohin denn? Boah, ich mach mit High, mit Hoch Ich hab irgendwie nie was Ich sterbe mal Hä? Hast du einen? Ne, der ist hier unten Der ist einfach runtergefallen Der ist einfach runtergefallen Schön Schön Ich lebe noch Ich lebe noch Was hast du hier für eine geile Brücke gebaut Der kommt voll stark Da kommen zwei Grüne Fabio, 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 Fabio Was ist denn? Was ist denn? Wir verbrauchen dich Ich wollte gerade zu Gelb gehen Hä? Ich glaube Ich glaube Hier oben ist jemand Der hat sich hochgebaut Hier ist ein Grün und ein Roter Für die geht alle auf uns Ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke Auf der Seite kommt noch einer Ja, die sind alle vor unserer Base irgendwie Oh, 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 die greift sich da nicht an? Oh, ja, ja Oh, was hat er geknallt? Team Grün hat das Bett verloren Weil die anderen sind jetzt auf die gegangen Das ist der Nachteil Wenn die alle auf uns gehen Dann nimmt ein anderes Team die Chance wahr Und haut die Betten raus Mhm Sauber, gut gespielt, Leute Ja Hier ist ein Roter am Goldspauler Die nehmen alle unser Gold Lass den töten Ja Bitte Geh rein Ich geb dir den Rücken, okay? Der geht schon zurück Team Gelb hat auch sein Bett verloren Richtig Dir kommt der Kompass auf die Tür? Ich hab das abgebaut von Gelb Ich hab das abgebaut von Gelb Oh, ja, ja Ah, okay, nice Der ist über uns Der ist unten, Max, Achtung Schön 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 Nice Und wir haben hier in einer Sekunde nächstes Gold Super, super, super Hab zwei Ich hab zwei, ich komm Ich komm zurück Ich hol mir mal einen Gold Apfel, damit ich wieder voll bin Bin da, bin da Wie viel Gold haben wir noch? Können wir nochmal upgraden? Bist du wir doch eigentlich schon, oder? Ähm, ich hab das bei mir in die Ender Chest, glaub ich, gepackt Ich hab vier Gold Wie viel hast du? Zwei Dann heißt es, wir haben sechs, wir könnten damit Protection holen Acht Acht bräuchten wir Okay, du willst nur den Spawner upgraden Lohnt sich das? Ne, ne? In der Mitte ist keiner Doch, hier ist er lieber Besser wäre natürlich, wenn wir aus der Mitte uns die Dias versuchen zu ziehen Okay, lass das machen Okay, dann mach, dann mach Ich bin in der Mitte Hier ist gerade keiner Hier ist gerade keiner Okay, dann geht ihr back Ich, äh, protecte die Base Ich hol, äh, jetzt Gold noch auf der Seite Ich versuch's mal Weil Gelb kann eh nicht mehr viel riskieren Okay, Bad, Bad, Achtung Ne, der hat sich hoch gebaut wieder Okay Der ist da Der baut nach oben, der ist über uns, über unserer Base Ich weiß, was ich machen soll Welches Team sind wir? Sind wir blau? Ja, ja Der kann super schnell bauen Hier einer von Team Gelb ist noch raus Wie kriegen wir den da oben? Noch einer von Team Gelb ist raus Sehr gut Blöcke, Blöcke Wo ist der? Brauchst du Blöcke? Komm her 64 liegen Geil Der ist hier irgendwie über uns, ganz gefährlich Ich geh hoch Ich geh hoch Rüstung ist hier 12 braucht man 12 Eisen Sehen Oh Hat zwei Pfeilhits Sehr gut Wer ist er denn? Ist down Mann Schön gemacht, schön gemacht Wichtig, wichtig, wichtig Warte, ich geh mal zum Goldspawner rechts Wir brauchen noch ein bisschen Gold, glaube Ja Was ist da? Oder ich hol mir einfach mal einen Bogen Bogen oder Rüstung? Bogen Ich warte jetzt in der Base bis ich voll guten Stuff hab und dann lass mal zu blau rüber, oder? Äh zu rot Können wir machen? Ich geb dir hier mal zwei Eisen, wenn du was hast Schön Danke mal, oh du hast wieder Roses Bett ist destroyed Kaputt Nice Ja, von Team Rot, wir sind die einzigen mit dem Bett nur noch Das müssen wir jetzt halten 12 Pfeil, das muss reichen Oh, in der Mitte ist ein Babyboss Sollen wir den machen? Oh, wichtiger down Ich hab den fast bekommen, den gelben Der hat kein Bett mehr So, ich geh in die Mitte Oder was war das der Plan jetzt? Ich fastbridge in die Mitte, über oben Ich glaub nicht, dass das so fast ist Ich hab high Doch, doch Du bist richtig slowbridge, Max Ich bin nicht am slowbridge Die fassen gibt's gar nicht Das ist auch schnell Hier ist der Boss Greif den an bitte Aua Alter, ich hasse Babyzombies Der ist richtig nervig, wenn der kommt Das ist doch gar kein Fachbegriff zu Slowbridged oder nicht? Okay, nimm den Wow, wow, der ist hier oder was? Pass auf, komm her Fabo Ja Nimm die, du brauchst nur noch zwei Dann kannst du dir Rüstung und Netherite direkt einen Teil machen Aber wo? Der hat Angst, weil ich den Bogen gezogen habe Also in der Base, oder? Jaja, genau Der hat ein Dier Schwert Wie kann das sein? Der macht mich kaputt Wo? Da Der hat mich völlig zerstört Wo? Wo? Was ist das? Bei uns in der Base Base, Base, Base Hilfe Ich werd' beschossen Ich weiß nicht von wo Ich baue mir oben einen Bogenschutz zu Turm aus Clash of Clans Pfff Sehr gut Fabo Wow Von wo kam das? Ich wurde angeschossen von nem Bogen Wie mach ich jetzt Netherite Rüstung? Geht hier nicht Hier schießt immer noch was auf mich Ist das hier mit Bots auch? Hier der Rote hat mich auch gekillt Ist der krass oder was? Ich brauch noch zwei Dias, oder? Ja, du brauchst acht Dias für die Rüstung Ja, ich hab nur sechs Ich hab nur sechs Ja, der Rote versucht in der Mitte abzukämpfen Da müssen wir einfach hingehen Der war fast tot Ich hab den mit dem Bogen ein paar Mal getroffen Haben wir Diaspawner in der Base, oder? Ne, leider noch nicht Wir brauchen dafür Muss das Symbol Also dieses Plus bei dem Diamant Gold sein Das ist ja Stufe 3 Der ist eigentlich wichtig Der war letzte Runde gar nicht so schlecht Aber den hatten wir irgendwie zu spät Ja, aber wir können in der Mitte hier die ganze Zeit Dias holen Hier sind schon wieder welche Ich hab zwei Der Gelbe schießt die ganze Zeit auf High-Distance auf mich Ich hol noch ein paar Eben Boss ist wieder erschienen Sollen wir den Eben auch noch schnell machen? Ich hab nur einen Bogen Kitet ihn mal Für den Fall hab ich noch elf Ich hol mir schnell die Dias ab Ich hab High-Ground in der Mitte Seereax hat wichtiger geholt Der ist anscheinend gut Der ist saugut Der ist saugut Ok, ich hab das Nether-Rite Fabo komm her Lauf damit alles zurück jetzt Ja, ja, ja Du hast zwei Nether-Rite-Teile gleich Und dann den Rest Dias darf Let's go Ich darf halt nur nicht runterfallen jetzt, ne? Wo ist das Gelb wieder hin? Gelb versteckt sich da hinten bei deren Base Soll ich hier mal runterkommen? Und den restlichen Dia hol dir da noch einen Trank oder so So Jump-Boost Mein zwei Minuten ist wieder Deathmatch Tschüss Hab Nether-Rüstung Oh mein Gott Der Gelbe sieht mich nicht Ich komm von hinten Ich hab alles Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Hey, wie krass der Gelbe Ich hab ihn abgelenkt Oh mein Gott, let's go Oh mein Gott, das war so gut zusammen Wie gut, wie gut Sauber Das war krass Ich hab die ganze Zeit absichtlich daneben geschossen Träumchen Damit er denkt er gewinnt Und dann wurde er gierig Schön gemacht Max Kein Problem Ich weiß doch, wenn man daneben schießen muss Unfassbar Haben wir noch einen Dia übrig? Ne Ich hab keinen Okay, dann muss ich jetzt noch einen hier versuchen zu holen Wo sind denn die anderen alle? Ein grüner Leber noch und drei rote Die haben sich bestimmt in den Basen eingekämmt Jaja In der drei rote leben noch Ich hab noch einen Dia Okay, bist du in der Base oder wo? Ich bin mit der Base Ich bin mit der Base Ah, hier Boom, die sind in der Base Ich wohne schnell Double Wizard noch Jetzt go, mach das, mach das, mach das Wollen wir ein bisschen rot Ein bisschen so rein Die sind alle bei denen Die sind alle bei denen Der Wizard kommt gleich Wenn wir in der Mitte sind Haben wir die größte Fläche, ne? Ich bin aber One-Shot Kann ich nochmal irgendwie Rüstung haben? Kriegen wir organisiert Ja, ja, safe Ich hab noch was hier an Eisen bekommen Ich hab auch noch ein Eisen Kriegen wir Eine kleine Rüstung Okay, acht Eisen Ich droppe die direkt an dem Equipment Shop Max Hol dir die Wir müssen schnell in die Mitte Wie viel Zeit haben wir noch? Äh, siehst du oben links immer Wir haben noch 45 Sekunden jetzt Noch zwei Dia's Ich hab gutes Movement Ja, dann hol dir Tränke Also Jump Boost Dann trinkst du den direkt So, Equipment Rüstung Zack Aber wo spawnt ihr Wither genau? Äh, die spawnen auf den eigenen Inseln Also unsere Ihr müsst aber vorsichtig sein Die Explosion von unseren Danke Trifft uns auch Also das heißt Bei Rot spawnt den ihr Wither Oder zwei In der Base oder drauf? Äh, also oben auf der Insel quasi Aber Hast du Gold, Max? Nee Okay Okay Ich hol noch Nur Eisen Haben noch Zeit? Nee, ne? Nee, ich glaub nicht Nee, fünf Sekunden kommen die Wither Was? Schon wieder? Ich bin schon wieder zu spät Oh Gott, oh Gott Deathmatch startet jetzt Deathmatch startet jetzt Achtung Baby Boss ist da Okay, die scheinen nur einen einzigen Wither zu haben Hier, lass mal da erstmal drauf spielen, oder? Ich hab alle, ich hab alle, ich hab alle Ich hab alle Der hat nur einen Wither Aber man kann den Wither gar nicht besiegen, ne? Man stirbt einfach an dem Nein, du kannst den nicht töten Genau, es kommt am Ende drauf an Quasi, wer länger durchhält Oh, der ist er, ja? Ja, aber... Nein, nein! Du Mann schon, okay wir haben gewonnen, reicht's Ja, gewonnen Gigi Sauber Wichtig Ja, aber kann es nicht auch sein, dass der Wither keine Agro auf einen hat? Wenn man so in der Ecke campt und so? Äh, der sprengt dann quasi Der sprengt sich zum Spieler durch Aber der hat immer Agro Egal wie weit weg Und ist man immer One-Shot Egal wie gut man gerüstet ist Der geht immer zu einem Spieler rüber Der geht immer Also der, äh, sobald der einen Spieler gekillt hat, äh, trackt der direkt den nächsten Noch eine, noch eine aggressive, ich komm langsam rein Langsam, langsam komm ich rein Ich hatte jetzt auch grad schon einen Bogen